Und damit blicken wir an diesem Samstagmorgen auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Allerdings weist das Robert-Koch-Institut darauf hin, dass über Weihnachten weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen auch melden. Dem RKI wurden damit in den vergangenen 24 Stunden 14.455 Neuinfektionen mitgeteilt. Das sind 16.845 weniger als noch am vergangenen Samstag. Als akut infiziert gelten 373.900 Menschen und die Zahl der Todesfälle durch oder mit Covid-19 erhöhte sich um 240 auf 29.422.